Ich möchte dieses Streamlining aufgreifen von dir. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das ein Prozess ist. Du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt sind wir da, jetzt sind wir ein tolles Team, jetzt sind wir motiviert und das ist jetzt einfach so ein Status Quo und der steht dann einfach die nächsten 17 Jahre. Das wird dir nicht gelingen, weil das ist einfach unrealistisch aus vielen Gründen. Auf der einen Seite wird sich dein Team verändern, es werden ab und zu Leute gehen, das wirst du nicht verhindern können, selbst so toll, wie du sozusagen dein Team führst oder deinen Unternehmer gestaltest. Es werden immer wieder Leute hinzukommen, was ja was Gutes ist, mit Wachstum und mit Veränderung und mit neuen Aufgaben und das alleine erfordert jedes Mal, dass sich das Team neu findet, dass wir wieder, jedes Mal, wenn du Veränderungen darin hast, wirst du dich neu finden müssen. Dafür musst du Raum geben, dafür muss Platz sein und wie gesagt, allein dieses Denken von, okay, das ist nicht ein Ding, das ist ein Prozess, an dem man arbeiten muss, den man steuern muss, den man vielleicht ein bisschen auch lenken kann, genau alle diese Dinge.